Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder beim Podcast zuhört. Heute ist ja schon unsere vierte Folge und der Januar geht langsam dem Ende zu. Es ist der letzte Tag dieses Monats und angefangen haben wir vor vier Wochen mit einem Gespräch, was sich unter anderem auch um Neujahrsvorsätze drehte. Und den Ball wollen wir heute nochmal aufnehmen. Ich bin Katrin, ich darf als Bildungsreferentin bei Janun arbeiten und habe zwei wundervolle Gäste. Und vielleicht mögt ihr euch einfach kurz selbst vorstellen. Hallo, ich bin Elisa und ich lebe gerade im Funkenhaus. Das ist ein Projekthaus zwischen Göttingen und Hannover. Und genau, bin hier gerade beim Cora. Hallo, ich bin Wolf. Ich wohne ebenfalls im Funkenhaus bzw. drumherum. Wir sind mit der Projektgruppe von Janun Kollektiv für gelebte Utopie mitverbandelt unter anderem. Und genau, ich lebe da so. Und du hattest gefragt nach Neujahrsvorsätzen. Ja, genau. Habt ihr euch Neujahrsvorsätze gemacht? Also ich habe mir schon vorgenommen, nicht so schnell Verantwortung für Aufgaben zu übernehmen. Also länger darüber nachzudenken und ein bisschen mehr darauf zu achten, die Dinge irgendwie in meinem Alltag zu integrieren, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Ja, das Jahresthema von diesem Jahr für mich ist tatsächlich auch das Thema Selfcare. Also mich irgendwie um mich selbst besser kümmern, sodass es mir gut geht, sodass ich irgendwie genug Energie habe, die Sachen zu machen, die mir wichtig sind und für die ich irgendwie aktiv sein möchte. Ich finde das Thema total spannend, weil sowas wie nachhaltiger Aktivismus, ich glaube, das ist ja vielleicht so ein bisschen, kann ja fast so eine kleine Überschrift sein über eure beiden Neujahrsvorsätze, begegnet mir gerade an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und es begegnet mir vor allem so oft wie noch nie vorher. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich? Dass das jetzt gerade anscheinend so ein Thema bei vielen Menschen ist, auch bei total vielen jungen Menschen ist. Habt ihr eine Idee? Also ich glaube, dass es auch einfach gerade so die, also zum Beispiel das Klimakollapsthema einfach viel präsenter ist und dass die ganzen Probleme und Krisen, die uns so umgeben und ja, dass die einfach so akut und krass wirken, dass so der Handlungsbedarf auch viel, viel stärker da ist und dass es ja vielleicht auch schwieriger ist zu sagen, ja, ich tue jetzt mal was für mich, gerade wenn es um einen herum so gefühlt überall brennt. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem auch damit zu tun hat, dass es vielleicht einfach auch so ein Schwerpunktwandel vielleicht auch in so Ökoszenen gibt oder auch in anderen politischen Szenen, genau, wo es vielleicht, also dass Leute einfach irgendwann angefangen haben, mehr und mehr darüber zu reden, weil sie immer mehr gemerkt haben, hey, immer mehr Leute fahren sich da irgendwo fest oder bekommen tatsächlich auch psychische Probleme oder ja, sind eigentlich gar nicht so besonders leistungsfähig, auch in Sachen, die sie begeistern. Also haben irgendwie das Gefühl, sie stecken da irgendwo fest. Und genau, ich glaube, dass es auch einfach damit zu tun hat, tatsächlich, dass es gerade mehr und mehr Literatur zu dem Thema gibt, dass es mehr und mehr Seminare zu dem Thema gibt. Ja, und dass irgendwie eine Beschäftigung damit stattfindet. Ja, ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass sowas wie die Ängste, Elisa, du hast ja auch gesagt, also Klimakollaps und Klimakrise, dass die Ängste, die damit verbunden sind, vielleicht manche Menschen tatsächlich auch ein bisschen hemmen und lähmen in ihrem Aktivismus dann. Und gleichzeitig so einen Druck ausüben, so es muss jetzt was passieren, wir haben echt nicht mehr lange Zeit, es muss sich schnell was ändern und du bist mit dafür verantwortlich vielleicht auch. Wenn ihr sagt, Selfcare ist ein Thema und besser auf mich zu achten, könnt ihr ein, zwei Beispiele nennen, was ihr vielleicht auch für euch ganz persönlich macht oder was ihr als gute Erfahrung weitergeben könnt an der Stelle? Ja, tatsächlich ist das ein Thema, was ich, glaube ich, ein paar Jahre lang relativ stark verleugnet habe, dass es überhaupt so ein Thema für mich ist. Oder ich konnte damit nichts anfangen, auch wenn Leute mir gesagt haben, hey Wolf, mach doch mal Päuschen oder mach doch mal Sachen irgendwie anders oder entspannter oder die mir schon auch gespiegelt haben, dass das vielleicht manchmal, wie ich Sachen mache, problematisch ist. Ich glaube, vor so ein, zwei Jahren habe ich das dann das erste Mal mehr oder weniger angefangen anzunehmen und da auch mehr drauf geachtet. Und ich merke, dass es mir immer noch super schwer fällt. Und ich weiß schon so ein paar Sachen, die mir richtig gut tun und wo ich das Gefühl habe, die holen mich runter oder die bringen mich irgendwie raus aus so einem Stressmodus, den ich halt leider sehr häufig habe. Und das sind auf jeden Fall so Sachen wie Sport. Das ist tatsächlich alleine sein. Und alleine sein fällt mir verdammt schwer. Genau, das sind ja tatsächlich irgendwie auch ruhige Sachen oder Sachen, die mich langweilen. Also ich finde zum Beispiel Saunagänge extremst langweilig. Aber ich merke, wenn ich denn dann dahin gehe und das durchgestanden habe, dass es mir tendenziell besser geht. Genau, und da gibt es eigentlich so einige Bereiche, wo ich das Gefühl habe, so dieses einfach mal Sachen langsamer machen oder irgendwie sich nicht so vielen Reizen aussetzen, dass es mir das auf jeden Fall hilft beim Runterfahren und mich auf mich selbst besinnen oder mich selber kümmern. Ja, voll. Also ich habe auch das Stichwort Achtsamkeit irgendwie im Kopf, dass bei dem, was ich tue, irgendwie bewusster zu sein und mir auch mal bewusst irgendwie Zeit für mich zu nehmen, Tagebuch schreiben, hilft mir da voll. Oder ja, auch Sport. Aber auch irgendwie mit anderen Menschen, also gerade wenn ich mit anderen Menschen mich organisiere und super viel auch so Orga-Zeug mache, dass es wichtig ist, mit den Menschen auch mal Zeit zu verbringen und ganz bewusst mal nicht über Orga-Sachen zu sprechen. Ja. Ja, du hast eben am Anfang, als du von deinen Neujahrsvorsätzen gesprochen hast, gesagt, ich habe mir vorgenommen, nicht so viele Aufgaben zu übernehmen oder nicht direkt Hallo zu rufen, wenn es um die Verteilung von Aufgaben geht. Und ich finde das ganz witzig, weil das ist ja so eine echt andere Herangehensweise. Oft ist ja gesellschaftlich gesehen immer eher so dieses, ihr müsst die Aufgaben übernehmen, wer kann das machen, lasst uns das gut aufteilen und so weiter. Und das ist ja tatsächlich, also das Herangehen irgendwie aus der anderen Richtung, mal zu sagen, nee, ich mache es nicht. Wenn du da mit Menschen drüber sprichst, die vielleicht nicht so in der Szene unterwegs sind, hast du da auch schon mal irgendwie so Reaktionen erfahren, vielleicht Unverständnis dafür? Oder die das nicht allen Menschen, die das nicht einordnen können? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon mit so vielen Menschen drüber gesprochen habe, die nicht so in der Szene drin sind. Also ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so typabhängig und so ein bisschen auch sozialisationsbedingt. Und gerade in so selbstorganisierten Räumen ist halt oft nicht so ganz klar, wer hat Verantwortung für was. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schnell so einen Blick dafür habe, so was ist gerade irgendwie nötig, getan zu werden. und das auch voll lernen muss, zu sehen, ja, manche Dinge passieren dann halt einfach nicht. Und das ist dann auch okay. Und nicht irgendwie zu denken, ja, es macht jetzt niemand anders, dann muss ich das jetzt machen. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, dass ich da irgendwie schon viel mit anderen Menschen im Moment gesprochen habe. Ich habe für mich auch eher das Gefühl, dass Leute außerhalb der Szenen, mit denen ich mich so rumtreibe, da gar nicht so das Problem damit haben, weil das für die irgendwie vielleicht auch ein Stück weit mehr Normalität ist, dass es auch okay ist, einfach mal irgendwie abzuchillen, umzuhängen. Ja, okay. Während ich tatsächlich in der Szene auch bei mir selbst immer wieder Widerstände merke, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die sich auch ganz viel mit sowas beschäftigen und das voll wichtig finden und dass es aber auch viele Leute gibt, und da gehöre ich leider selber auch dazu, die auf jeden Fall auch immer so einen kritischen Blick darauf haben, wenn Leute so dieses Selfcare-Ding so sehr nach vorne heben oder sagen, ich kümmere mich jetzt nur um mich selber, mir ist das andere gerade egal, ich übernehme jetzt mal nicht die Verantwortung, weil natürlich auch gerade selbstorganisierte Räume sehr darauf angewiesen sind, dass Leute selbstständig Verantwortung übernehmen und wenn dann halt Leute aktiv sagen, ich mache das jetzt gerade mal nicht, dann ist das, glaube ich, auch erst mal ein Schock oder also ich merke, dass es bei mir auch eine gewisse Wut manchmal ausläuft, ja, dass dadurch eine gewisse Wut entsteht und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Phänomen, so was ich für Denkmuster im Kopf habe, dass ich sozusagen automatisch irgendwie auch in so eine Wut reinkomme von dann bleibt ja noch mehr Verantwortung für mich, dann bin ich ja noch mehr überfordert, weil ich vielleicht generell schon so ein Level an Überfordertheit gerade habe mit der aktuellen Situation. Ja, der Grad kann echt total schmal sein, so zwischen auf mich selbst zu achten an der Stelle und tatsächlich bewusst zu sagen, mein Energielevel ist erschöpft oder jetzt fühlt es sich nicht mehr gesund an, noch mehr Aufgaben zu nehmen, nicht mehr gut an und auch nicht mehr zufriedenstellend, weil ich vielleicht Sorge habe, ich kann das dann nicht mehr gut erledigen, das so auf der einen Seite und genau, was du gesagt hast, Wolf, auch darauf zu bauen, darauf zu hoffen, dass das Anfallen der Arbeit gleichmäßig aufgeteilt wird, also gleichmäßig, nicht im Sinne von alle machen das Gleiche, aber alle machen das, wozu sie die Ressourcen haben und wenn dann einer abspringt, zu wissen, okay, da ist noch ein Päckchen, was wir neu verteilen müssen. Was ich manchmal denke, bei der ganzen Diskussion um nachhaltigen Aktivismus und zu gucken, erstmal zu schauen, es braucht eine gute Basis, mir muss es gut gehen, ich muss leistungsfähig, ist ein schlimmes Wort eigentlich in dem Zusammenhang, aber ich muss genügend Ressourcen irgendwie aufbringen können, um da dann auch aktivistisch sein zu können, brauche ich nicht vielleicht viel eher genau diese Unzufriedenheit und die Wut auf manche Dinge und so dieses Gefühl, es drückt schon irgendwie, kann da nicht auch vielleicht total viel raus entstehen? Also ich glaube, die Wut brauchst du auf jeden Fall auch, also irgendwie so die Verhältnisse um einen rum zu sehen und irgendwie zu merken, das passt überhaupt nicht und ja, aber halt irgendwie dann auch zu sehen, sowas ist meine Vision von, wie könnte es sein und wie könnte irgendwie ein Zusammenleben aussehen, wo es Menschen gut geht, wo Menschen irgendwie besser miteinander umgehen, es keine, ja, weniger Unterdrückung gibt und ja, also ich glaube, es braucht schon auch dieses, dieses positive Element. Ja, und ich habe gerade noch gedacht, dass es, finde ich, auch nicht nur so ein individuelles Ding sein sollte von, ich kümmere mich um mich und bin nebenbei aktivistisch, sondern dass das auch in unseren Gruppen, in denen wir organisiert sind, viel mehr verankert sein sollte, also dass wir auch mehr aufeinander gegenseitig achten und nicht, dass irgendwie wieder nur in der Verantwortung von jedem einzelnen Menschen liegt, also dass wir gucken können, wie können wir Gruppenstrukturen aufbauen, wo wir irgendwie, ja, uns vielleicht auch irgendwie materiell unterstützen können, wenn es, wenn es Menschen schlecht geht und emotional und, also es gibt diese Unterstützungsstrukturen schon zum Teil, aber genau, ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Ja, ich glaube, dem kann ich mich tatsächlich nur so anschließen. Ich glaube auch, dass es so wichtig ist, das auf der individuellen Handlungsebene zu sehen von, ich kann was für mich verändern und gleichzeitig zu sehen von, ich bin trotzdem nicht hundertprozentig für mich verantwortlich, das sind dann auch gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken, in die ich eingebettet bin und, dass es so viele Leute gibt, die irgendwie aktivistisch sind und irgendwann mit Depressionen zu kämpfen haben, liegt nicht nur an deren individuellen Fehlverhalten, sondern ist auch einer Struktur geschuldet, die, ja, die sozusagen innerhalb des gesellschaftlichen Systems dazu führt. Und da, da macht mich auch wieder voll wütend, so dieses, was uns ja irgendwie auch ständig in unserer Gesellschaft entgegenspringt, dieses, ja, du musst irgendwie ganz viel Yoga machen und meditieren und, ja, irgendwie deine Einstellung ändern und dann, dann geht es dir besser und du bist so selbst für dich verantwortlich und dafür, wie es dir geht und, ja, und überhaupt nicht zu sehen, dass das, ja, dass das irgendwie strukturelle Probleme sind und keine, keine individuellen. Ja, ihr habt eben, oder Wolf, du hast glaube ich eben gesagt, wenn ich gucke, was ich bei mir selbst ändern kann, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine Sache zu ändern, Zauberstab oder was auch immer, wie das möglich ist, ganz egal, vielleicht, ob bei euch individuell oder gesellschaftlich, gäbe es eine Sache, wo ihr sagen würdet, jetzt gerade aus dem Moment raus, das wäre das, was ich gerne ändern wollen würde oder geändert hätte, wie auch immer. Also, gesellschaftlich würde ich ganz plump sagen, Kapitalismus abschaffen, aber, ja, genau, weil ich irgendwie denke, dass es irgendwie wenig Sinn macht, in so einzelnen Bereichen irgendwie so kleine Stellschrauben zu drehen, sondern, ja, dass ich halt irgendwie grundlegend ändern muss, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen und wirtschaften und auf individueller Ebene für mich, das finde ich tatsächlich schwierig. Willst du jetzt was sagen? Ja, auf individueller Ebene ist es tatsächlich für mich relativ einfach, also es ist nicht einfach, aber ich hätte tatsächlich, glaube ich, gerne einfach so einen Stress-Runterfahrknopf, wenn ich so merke, ich komme gerade gar nicht mehr klar, ich arbeite irgendwie die ganze Zeit noch, aber eigentlich kann ich mich nicht mehr konzentrieren und fokussieren und ich merke, dass ich so in so einem Modus drin bin, der eigentlich niemandem gut tut, weder mir noch irgendwie anderen noch den Sachen, die ich tue, dass mittlerweile bin ich in der Lage, das so zu realisieren und zu checken, okay, da müsste ich jetzt was kommen, aber meine Strategien, damit umzugehen, sind noch so ein bisschen matt manchmal und deswegen da so einen Knopf zu haben und zu merken, okay, jetzt ist es wieder soweit, ich muss einfach runterfahren und das funktioniert dann auch, das wäre super. So einen Knopf hätte ich auch total gerne und ich hätte gerne, dass der Knopf mir dann auch sagt, was jetzt gut für mich ist, also dass ich nicht noch aus meinem Potpourri der tollsten Selfcare-Möglichkeiten mir was raussuchen muss, sondern dass das dann auch direkt die Situation bereitet ist, die ich brauche, also brauche ich jetzt Ruhe und alleine sein und keine Ahnung, Musik hören oder Musik machen oder brauche ich die wilde Party mit massig lauter Musik und Tanzen oder brauche ich die Möglichkeit, bei einer Demo irgendwas zu brüllen und mit vielen gemeinsam das Gefühl zu haben, ja, für eine Sache einzustehen. Ich glaube, ich finde so die Auswahl, die Auswahlmöglichkeiten total groß, das ist ja total großartig, dass es das gibt oder dass wir da um viele Möglichkeiten wissen, ja, mein Knopf dürfte mir auch sagen, was mir gerade gut tut. Wow. Genau. Cool. Ich danke euch ganz herzlich für die Zeit, für eure Zeit und für eure Ideen und die Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt und wer weiß, was diejenigen, die heute zuhören oder morgen oder übermorgen, sich daraus mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht einige Ideen in die Welt rausbringen können. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Tschüss. So. So. Hi. Michael nochmal hier aus dem ersten Podcast und wir hatten uns überlegt, um dieses Klimatölen-Sting so ein bisschen abzuschließen, machen wir nochmal eine kleine Umfrage im Büro und fragen einmal die Leute, die da sind, wenn sie eine Sache ändern könnten, was wäre es? Viel Spaß. Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen mehr nachdenken, sich viel mehr Gedanken um das machen, was sie tun und dass das Bauchgefühl ein ganz besonderes Gewicht bekommt, dass viel mehr Menschen auf ihr gesundes Bauchgefühl hören. Wenn ich eine Sache ändern könnte, ich würde Autos in der Innenstadt verbieten. Es nervt mich jeden Tag wieder. Es ist so ein Irrsinn, wenn ich mit meinem Fahrrad am Stau vorbeifahre. Das wäre mein Wunsch. Autofreiher in der Innenstadt. Wenn ich eine Sache ändern dürfte auf dieser Welt, dann fände ich es total spannend, wie die Welt wäre, wenn der Mensch von Geburt an Vegetarier oder Pflanzenfresser, Pflanzenfresserin wäre. Das fände ich einfach total spannend. Eine zweite Sache, obwohl ich mir nur eine Sache wünschen darf, aber ich wünsche mir jetzt eine zweite. Dann würde ich mir wünschen, dass das Privatauto abgeschafft wird und Städte viel, viel, viel grüner und naturnah gestaltet werden und menschengerechter anstatt aufs Auto gerichtet. Genau. Das wären meine Wünsche. Ich fände es spannend, darüber zu diskutieren, wie die Welt sich verändern würde. Also wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch einmal bewusst leben kann und das bedeutet für mich, dass man mindestens einen Tag im Leben hat, wo alle Menschen auf der Welt selbstzufrieden und bewusst leben können, weil ich glaube, das würde viele Probleme auf der Welt lösen. Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde ich voraussichtlich die mehr von ungegrenzten Wachstum abschaffen wollen, weil ich denke, dass das auf Dauer nicht funktioniert, egal wie wir es angehen werden und denke, dass wir mit den Ressourcen so umgehen sollten. So ihr Lieben, das war's. Unser Januarausflug ins Land der Podcasts ist vorbei. Viermal haben wir uns getraut, für uns war das ganz schönes Neuland, aber wir hatten riesig Spaß und deswegen wollen wir auch weitermachen. Wenn ihr Lust habt, wieder reinzuhören, dann merkt euch schon mal den letzten Februarfreitag, denn da kommt ein neuer Januaraus-Podcast raus. Bis dann. Ciao.